Hallo ihr da draußen, ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid und zuhört und auch zuschaut bei einem ganz besonderen Blick hinter die Schaufenster in der Brunnenstraße in Düsseldorf Puls of Bilk. Das ist eine Initiative der Gemeinschaft der Händler und Menschen hier in der Brunnenstraße und diese Initiative hatte schon eine erste Aktion, um das Kino hier in der Straße zu unterstützen, das Metropolkino und hat sich diesmal zur Aufgabe genommen, Kulturschaffende hier aus der nahen Umgebung zu unterstützen mit dem Schwerpunkt Musik. Und darüber hinaus könnt ihr ein paar Menschen kennenlernen, ein paar Geschichten kennenlernen der Läden hier in der Brunnenstraße. Ja, ein paar Wochen könnt ihr online von zu Hause montags ein Interview hören, mittwochs Musik lauschen und freitags zu einem DJ-Set tanzen oder was auch immer ihr dazu tun wollt. Mehr zu dieser Aktion findet ihr unten in der Beschreibung. Ja, und jetzt freue ich mich auf ein Gespräch mit Margret. Margret ist die Inhaberin von Yavana, einem Green Store hier in der Brunnenstraße. Hallo Margret. Hallo Lilian. Ich habe es gerade schon angedeutet, wir sind hier in Yavana, einem Green Store in der Brunnenstraße und den Laden gibt es jetzt schon seit zehn Jahren. Bevor wir noch näher darauf eingehen, was das überhaupt für ein Laden ist, was du hier verkaufst, vielleicht einen Blick in die Vergangenheit. Denn wenn der jetzt erst zehn Jahre, also erst zehn Jahre offen ist, dann gibt es ja vielleicht noch eine Geschichte davor. Vielleicht hattest du schon ganz viele Läden. Die Frage ist, wie kamst du überhaupt dazu, so einen Laden zu eröffnen? War das schon immer dein Traum, deine Vorstellung? Nein, absolut gar nicht. Mein erster Traum nach dem Studium war eigentlich, eine Familie zu gründen, weil ich immer davon geträumt habe, vier Kinder zu bekommen, was ich nicht in Gänze geschafft habe, einen einzigen Sohn, aber dafür umso schöner. Ich habe romantische Sprachen und Philosophie fürs Lehramt studiert, allerdings nicht als Lehrerin gearbeitet, sondern habe dann halt irgendwann geheiratet, habe verschiedene Stellen gehabt nach Moritzgeburt, als Dolmetscherin bei Messen gearbeitet und irgendwann bin ich dann einmal richtig fest angestellt worden bei der IT-Tochter der Deutschen Bank, was mir sehr gut gefallen hat im Grunde genommen. Allerdings hat dann eine andere Firma den Laden übernommen und nach ein paar Jahren uns alle auf die Straße gesetzt, mit dem Erfolg, dass ich nach 120 erfolglosen Bewerbungen feststellen musste, du bist vielleicht zu alt, du bist vielleicht zu teuer, was fängst du jetzt mit deinem Leben an? Als Zivilkandidatin habe ich mich nie gesehen, dafür bin ich einfach auch zu aktiv. Hab hin und her überlegt und plötzlich gab es die Initialzündung in Form von einer Geschäftsvergrößerung, Erweiterung in meinem kleinen Heimatstädtchen. Da hat ein Bio-Lebensmittelladen sich vergrößert und da habe ich gedacht, stimmt, Bio-Lebensmittel kaufe ich seit über 30 Jahren, aber was bitte trage ich auf meiner Haut, was ziehe ich an? Bin ins Internet gegangen, habe recherchiert, habe beim Arbeitsamt nachgefragt, wie ich das zu bewerkstelligen hätte, habe einen Businessplan geschrieben, mir einen Geldgeber besorgt, bin zu unterschiedlichen Messen gefahren und habe am 4. Dezember 2010 völlig blauäugig, voller Euphorie und Begeisterung meinen Laden eröffnet, mit dem Hintergedanken, grüne Mode kommt an. Das ist ja Mode. Das war für mich die Hauptaussage meines Geschäftes bis heute. Wir möchten uns alle gut anziehen, aber das bitte mit gutem Gewissen. Und die ersten Jahre waren schon ein bisschen sehr anstrengend und schwierig, weil es halt noch nicht im Kopf der meisten Menschen angekommen ist. Es wurde auch in Medien erst mal gar nicht wirklich viel darüber berichtet. Bis zu dem Zeitpunkt des schrecklichen Unfalls in Rana Plaza, dem Zusammenbruch des Gebäudes und seitdem findet endlich ein Umdenken statt. Und jetzt vielleicht, du hast es schon angesprochen, du hast dir Gedanken darüber gemacht, was ziehe ich eigentlich an? Also ich kaufe Bio-Lebensmittel. Du bist dann auf Messen gegangen und was ist dir da so begegnet? Also wie war die Mode vor zehn, elf Jahren in dem Bereich? Es gab Gott sei Dank schon einige Labels, die fortschrittlich normal modisch unterwegs waren. Ich darf nur als Beispiel nennen, Lana aus Aachen, Lanius aus Köln. Zwei Frauenlabels, die sich eben auch gedacht haben und gesagt haben, wir wollen die Frau ökologisch korrekt anziehen, aber bitte. Wir haben nicht unseren Jute, Walle, Walle und Omta, sondern wir möchten, gelobt bin für das, was wir anziehen und uns drin wohlfühlen. Und so hat das angefangen. Es gab natürlich jede Menge Labels, wo man heute sagen würde und ich habe die dann auch nicht bestellt. Ne, bitte nicht. Also so ökig kann ich in meinem Leben nicht werden, als dass ich sowas anziehen möchte. Das heißt, du würdest, also das ist für dich keine Ökomode oder es gibt einen Unterschied zwischen Ökomode für dich und Fairtrade? Nein, nein, nein. Also das deutsche Wort Öko ist leider negativ konnotiert. Öko ist für uns immer Jute, Sack, wallende Gewänder, vielleicht leben wir auf dem Lande, lassen die Haare vor sich hinzotteln und Hauptsache wir haben ein ökologisch gutes, faires Gewissen. Aber so ist die Realität nicht. Die meisten von uns arbeiten in normalen Berufen, ob Lehrer, Anwalt, Anwältin oder Ärztin oder Verkäuferin oder was auch immer. Und wir alle möchten uns gut anziehen, aber auch, hey, du bist aber heute schick angezogen. Und dann können wir sagen, tja, und das ist auch noch ökologisch wertvoll und fair hergestellt und gehandelt. Das ist so die Prämisse, auf die ich den Wert lege. Ja, und jetzt vielleicht auch noch mal den Weg zurück. Das ging ja gerade sehr schnell bis zu deiner Eröffnung. Entschuldigung. Ja, nee. Das gesagt, du hast sehr blauäugig eröffnet. So, wie kamst du denn dann dazu, auch zu sagen, okay, ich suche mir wirklich ein Ladengeschäft und auch ein Ladengeschäft gerade jetzt hier, hier an dieser Stelle. Oder ich meine, wieso Brunnenstraße? Weil ich, also ich bin in Düsseldorf geboren und habe in Unterbild gelebt bis zur Einstellung. Da sind meine Eltern mit mir weggezogen. Bin zum Studium zurückgekommen und habe dann im damaligen Studentenheim auf der Akademiestraße gewohnt. Und die Brunnenstraße war ja immer schon die Kinostraße mit einem Restaurant, was heute wieder Kavala heißt, an einer etwas anderen Stelle und dem Tigges natürlich. Tigges ist eine Studentenkneipe immer schon gewesen, seit 1980. Da hat damals ein ehemaliger Studentenheim-Mitbewohner das eröffnet. Auch schon fair und gesund von der Ernährung her, aber auch politisch bewusst. Ja, das fing ja damals auch schon so an. Und der hat mir dann, als ich arbeitslos war, bin ich natürlich sehr häufig ins Kino gegangen und immer mal wieder bei Abedin im Tigges vorbei. Habt ihr ihm das erzählt? Hm, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Ich bin zu jung, zum gar nichts tun. Und ja, ja, ist schwierig heutzutage. Und irgendwie bin ich in dem Ort, in dem ich lebe, von einer Dame gefragt worden, ob ich nicht Lust hätte, ihr Geschäft zu übernehmen. Da sie aber merkwürdige Forderungen stellte, habe ich natürlich davon Abstand genommen. Aber die Idee, habe ich gedacht, Mode interessiert mich eigentlich schon. Und habe dann damals Abedin gefragt, was hältst du davon, wenn ich hier ein Geschäft für Mode eröffne? Er sagte, lass es, wir haben die Arkaden seit kurzem, schau dir das Sortiment an, also bitte nicht noch mehr davon. Du hast recht. Zwischen diesem Kinobesuch und Besuch bei Abedin und dem nächsten, habe ich ja diese Initialzündung mit dem grünen Lebensmittelgeschäft gehabt, besuche wieder Abedin. Sag Abedin, was hältst du denn von der Idee von einem Ökomodenladen? Da springt er von seinem Stuhl auf, rennt wirklich mit mir hier durch diese Straße, nächtens zwischen halb elf und elf. Und ich so, Abedin, bist du noch ganz gesund im Kopf? Sagte er, hier, vor diesem Laden, hier, hier öffnest du deinen Laden. Hier sind wir schon nebenan, ist natürlich, natürlich mit seinen Lebensmitteln. Ich bin auch schon ökologisch korrekt aufgestellt. Du passt hierher. Und so hat das angefangen. Das heißt, ihr standet damals schon hier vor dem Laden? Ja. Die Scheibe war zugeklebt und drinnen hing ein Zettel mit einer kackligen Handynummer. Die habe ich dann angerufen. Erst hat sich keiner gemeldet. Dann, ich darf das so sagen, gerade brächte jemand auf schlechtem Deutsch, was sie wollen. Ich so, ich hätte gerne gewusst, wie ich hier an das Ladenlokal kommen kann. Dann hat er mir die Telefonnummer des Vermieters genannt. Dann habe ich ihn angerufen, ihm mein Anliegen geschildert. Der hat dann mit mir den Termin vereinbart, zwecks Kennenlernens. Hat mich ausgiebig geprüft, wie das so altere Herrschaften immer schon getan haben. Und hat dann letztendlich gesagt, ja, fangen Sie an. Hat mir dann das Ladenlokal gezeigt, wovon wir beide dann nicht begeistert waren, was den Zustand anbetrifft. Und so hat es dann angefangen. Ein Freund von mir hat die Raumaufteilung zugestaltet. Hat dann auch in der Schreinerei alles aus unbehandeltem Holz hergestellt. Und das war dann zum Beispiel auch etwas, was die ersten Leute, die hier reinkamen, immer wieder sagten, was haben Sie hier für einen Duft? Was versprühen Sie hier? Ich nichts, aber hier ist alles gesund, hier ist alles sauber. Hier gibt es keine Chemie und keine Gifte. Ja, so ist es. Und wie war dann der Start für dich? Also ich meine... Holprig, richtig holprig. Ich habe jeden begeistert begrüßt beim Hereinkommen. Und die Leute waren am Anfang natürlich sehr skeptisch. Man darf auch nicht vergessen, vor zehn Jahren war BILG noch nicht so, ich darf sagen, gentrifiziert wie heute. Aber das Bewusstsein ist ja auch mit dieser Menschen, wie soll ich das nennen, mit dieser Menschenaufstellung gekommen. Und die ersten Jahre hieß es halt immer nur, ich wäre zu teuer, ich müsste mit den Preisen runtergehen. Irgendwann hat es aber geklappt, dass verstanden wurde, warum ein T-Shirt für 30 Euro mehr wert ist als eins, zum Beispiel aus den Arkaden, aus einem Massengeschäft, für fünf Euro. Dass es preiswert ist. Das ist das Entscheidende, weshalb ich da auch den Wert darauf lege, den Fokus. Ja, ist schön, dass dich das so gut entwickelt hat. Genau. Und jetzt bist du zehn Jahre in der Brunnenstraße und du hast auch gerade von einem Geschäft gesprochen, dem Lebensmittelgeschäft. Das gibt es inzwischen zum Beispiel nicht mehr, das heißt, du hast viel mitbekommen hier in der Straße. Dass sich was geändert hat, ja. Ja, wie würdest du den Wandel so beschreiben? Positiv, absolut positiv. Also ganz im Anfang, also die, sagen wir es anders formuliert, eine Händlergemeinschaft haben wir im Laufe dieser zehn Jahre schon dreimal versucht auf die Beine zu stellen. Nach einem jeweils ersten Treffen verlief alles im Sande. Ja, ja, können wir mal gucken, vielleicht überlegen wir uns was. Och nee, heute nicht, morgen nicht. Und jetzt im Prinzip, dadurch, dass es den Unverpacktladen nebenan vor allem es gibt, ist eine ungeheure Dynamik entstanden. Plötzlich sind die Leute auch bereit, da mitzumachen. Dann gibt es ja auch den Pflanzenladen auf der anderen Seite. Dann gibt es halt die netten Griechen mit ihren tollen Köstlichkeiten, die leider sehr hüftbeulich zwischendurch sind, aber toll schmecken und so weiter und so fort. Und jetzt erzählst du ja schon so sehr lebendig von dieser Straße. Was ist für dich das Besondere an der Straße? Ich würde fast sagen, dass es so eine Art zweite Heimat ist. Ich bin manchmal lieber hier im Geschäft als zu Hause. Oh, schön. Das muss man erst mal so stehen lassen. Und gibt es so was wie ein Lieblingsort hier? Also du hast vorher schon erzählt, dass du oft ins Kino gegangen bist, bevor du hierher gekommen bist mit dem Laden. Deswegen frage ich, gibt es so was wie ein Lieblingsort für dich? Also das Kino mag ich nach wie vor sehr, sehr gerne, wenn ich dann eines Tages mal wieder hineingehen darf. Muss allerdings auch gestehen, dass durch das Geschäft ich leider weniger ins Kino gehe, als ich es vorher getan habe. Denn erstens mal, meine Öffnungszeit ist im Allgemeinen bis 19 Uhr abends. Dann fängt der Film natürlich an. Und wenn die Kunden im Laden sind, tue ich einen Teufel dran, zu sagen, ich muss jetzt ins Kino. Bitte entscheiden Sie sich mal ganz schnell und verlassen Sie das Geschäft. Das fände ich also kontraproduktiv. Aber das Kino mag ich sehr gerne. Ich liebe auch immer wieder Kaffee zu trinken in der süßen Erinnerung. Ich hoffe, wir dürfen das eines Tages mal wieder. Tigges ist unschlagbar, was das Essen anbetrifft. Köstlich. Auch einer meiner alten Studienfreunde übrigens, der Erol, der kocht auch noch da. Ach. Ja. Den sehe ich dann auch immer mal wieder. Und ja, und dann ist es eine schöne Straße halt. Ich kaufe bei Banagiotis und seiner Frau kaufe ich einen. Ich gehe manchmal zu Gut und Gerne. Pflanzen ist logisch. Wo kaufe ich die? Bei Lavio Plants, bei Jan. Nebenan kaufe ich Lebensmittel für zu Hause. Lasse mich mit dem Kaffee auch verwöhnen. Die Waffeln leider schmecken auch des Öfteren sehr, sehr lecker. Viel Hüftgold in der Straße. So ist es, ganz genau. Aber es klingt ja schon fast ein bisschen so familiär. Was für wir auf dem Dorf. Ja, ja. Es ist so ein... Ja, die Straße als solche kann man schon... Wir sind zwar heterogen. Also es ist nicht so, als ob wir privat jetzt permanent aufeinander hocken. Aber ich glaube schon, dass wir uns wirklich aufeinander verlassen können. Und wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, das versucht wird zumindest irgendwie zu helfen. Wie man ja gerade sieht an dieser Aktion. Also bei der ersten Aktion ist ja auch fürs Kino schon wirklich gut was zusammengekommen. Und jetzt wird es die Möglichkeit geben, dass Musiker sich zeigen, dass ihr euch zeigt. Dass auch DJs sich zeigen. Also eine ganz, ganz lebendige Aktion. Und allein, dass das funktioniert und dass da alle so mitziehen, das finde ich schon was sehr, sehr Besonderes. Vielleicht noch ein bisschen was Näheres zu deinem Laden, dass die Leute da draußen auch wissen, was es hier drin überhaupt gibt. Weil hier vorne in deinem Schaufenster, das ist immer sehr schön übrigens. Aber man sieht ja jetzt nicht das ganze Angebot. Magst du mal erzählen, was wir bei dir alles finden können? Ja, im Scherz nenne ich meinen Laden Wully für Ökos. Wully ist die Verbeihahnung von Woolworth. Und das war ja einer der ersten Begründer des Kaufhauses. Und wer möchte, kann im Prinzip, abgesehen von Schuhen, kann sich hier komplett einkleiden. Tag und Nacht. Es gibt Kleider, es gibt Hosen, es gibt Röcke, es gibt Blusen, Jacken, Mäntel. Kleider natürlich nicht für die Männer, aber ansonsten für beide Geschlechter. Es gibt Kinderkleidung mittlerweile. Es gibt Unterwäsche, Strümpfe, Strumpfhosen, Mützeschal, Handschuhe. Im Anfang hatte ich nicht das große Regal stehen mit den von innen zu sehenden Gürteln. Beziehungsweise von außen hängt immer irgendein Tuch als Fassade für die Puppen. Im Anfang konnte man in den Laden hineingucken. Da gab es dann auch eine Lampe, die abends eingeschaltet wurde, damit man eben die Perspektive des Geschäfts hatte, den Blick durch den Laden. Irgendwann hieß es aber, man sieht ja sowieso nichts. Und außerdem brauchte ich Platz für halt immer mehr Waren. Am Anfang gab es nur, was man jetzt sieht, die braunen Möbel. Alles andere ist dazu gekommen im Laufe der Zeit. Und ich habe auch in den ersten anderthalb Jahren zweimal eine Modenschau veranstaltet. Da gab es sowohl den Platz zum Umziehen im Lager, als auch hier für bis zu 30 Menschen zum Stehen. Ich glaube, wenn wir jetzt hier zehn Leute wären, dann wäre der Laden schon fast überfüllt. Also es ist sehr kuschelig hier. Ja, also man findet sehr viel. Was sich lohnt, ist wirklich ein bisschen Zeit mitzubringen. Um sich umzuschauen. Genau. Und was ich auch tue, ist, wenn eben neue Leute reinkommen und die mich dann so fast ängstlich angucken, nach dem Motto, oh, die Verkäuferin überfällt mich jetzt gleich. Dann sage ich immer ganz nett lächeln, was man hoffentlich trotz der Maskenzeit auch zwischendurch noch an den Augen erkennen kann. Sie möchten sich doch sicherlich erstmal umschauen. Und dann sage ich, ja bitte. Ich belästige sie dann auch erst auf Wunsch. Dann ist das Eis gebrochen und dann können die Herrschaften sich verlustieren. Und ich helfe dann gerne. Da wollte ich jetzt auch gerade noch drauf kommen. Das Schöne an deinem Laden ist ja wahrscheinlich auch, dass ich mich beraten lassen kann, oder? Definitiv. Definitiv. Ich habe auch im Laufe dieser zehn Jahre sehr viel dazu gelernt. Wie gesagt, ich bin ein absoluter Quereinsteiger. Hatte mit Bekleidung nichts als für mich und meine Familie zu tun. Habe zwar immer schon Wert auf gute Qualität gelegt, aber eben ökologisch korrekt. Was heißt das überhaupt? Was heißt eine faire Produktion? Was ist eine Lieferkette? Was sind das für Materialien? Was bedeutet Tänzel? Was ist das Besondere an Biobaumwolle? Was nennt sich Jagdwolle? Etc. Waren erst böhmische Dörfer für mich sozusagen. Und mittlerweile kann ich da schon so manches zu erzählen und sagen. Ja, schön. Und wenn ich jetzt so einen ganz konkreten Wunsch hätte, keine Ahnung. Meine Freundin hat ein Kind gekriegt. Du hast gerade gesagt, es gibt jetzt auch Kinder. Eine Mode. Kann man dich dann da auch mal fragen konkret? Auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel auch ein Körbchen mit Baby-Accessoire und Schrämpelchen, Strampelanzügen oder mit so kleinen Nuckeltieren. Oder es hat die Woche jemand angerufen und gefragt, ob ich nicht eine Unterwäsche für das Enkelkind besorgen könnte. Der hätte heute Geburtstag und trüge die Größe 98-104. Angerufen hat am Samstag, das Paket müsste auch heute kommen. Und er hat auch schon ganz besorgt gefragt, ob ich es denn schaffen würde, ihm das als Geschenk zu besorgen. Das geht alles. Jetzt schlage ich nochmal einen Bogen ganz zurück. Ich habe ja ganz selbstverständlich gesagt, wir sitzen hier im Javanna. Ich weiß noch nicht mal, ob ich es richtig betone. Warum heißt der Laden so? Also, als ich eben wusste, dass ich dieses Geschäft eröffnen möchte und ich wusste ja zu dem Zeitpunkt schon nicht nur zuletzt durch diese Tätigkeit in der IT-Firma, dass ohne Internet gar nichts mehr geht, dass ich es nicht nur als stationären Handel eröffnen will, sondern auch eine Online-Präsenz benötige. Und habe dann geforscht und überlegt, wie kannst du deinen Laden nennen? Und 2010 war das ja, wo es eine scheinbare Verknackung an E-Mail, nee, nicht an E-Mail, an Webadressen gäbe, an Websites. Und massenhaft wurden die mit sämtlichen Endungen auch gekauft und alles, was mir für den Laden einfiel, was mit Bio, Fair, Schön etc. zusammenhing, alles war weg. Und dann hatte ich einen Namen gefunden, der nennt sich Javanna mit zwei N. Das ist die Erdengöttin aus dem Herrn der Ringe von Tolkien. Da habe ich gedacht, das ist ein toller Name. Und habe dann im Internet recherchiert. Es gibt eine einzige Adresse mit .de. Habe dann durch den Provider herausgefunden, wem die gehört. Habe die Dame angeschrieben und kriegte die lapidare Antwort, gebe ich nicht ab. Ich hätte die Seite gerne gekauft. Sie ist mir zu kostbar. Ich darf sagen, dass bis heute mit dieser Seite nichts getan wird. Oh nein. Die Zeit lief mir auch davon. Weil von der Idee, das hier zu eröffnen, bis zum Realisieren, sind dreieinhalb Monate nur vergangen. Also ich habe wenig Zeit gehabt. Ich habe es quasi aus dem Boden rausgestampft und habe dann die Seite Javanna entdeckt. Zu dem Zeitpunkt gab es nur .ch und das war ein Schiff in der Schweiz. Und da habe ich gedacht, mit .de gibt es das noch gar nicht. Was heißt denn Javanna? Habe nachgeschlagen online und habe dann gefunden, es ist ein Wort aus dem Sanskrit. Das heißt, in erster Bedeutung sind das die ionischen Griechen unter Alexander dem Großen, was ja eigentlich nichts Positives ist, denn er war ja ein Eroberer. Aber die ursprüngliche oder heutige Bedeutung im übertragenen Sinne heißt es, auf zu neuen Umfern. Da habe ich gedacht, das passt. Mein altes Arbeitsleben lasse ich komplett hinter mir. Ich betrete wirklich auch im doppelten Sinne des Wortes Neuland, also Javanna. Der einzige Nachteil ist, man müsste mit A anfangen können, dann wäre ich weiter oben im Alphabet. Aber die Bedeutung ist ja wirklich auch heute noch sehr zutreffend, auch für den Laden. Schön, Javanna. Und jetzt, also vielleicht ist es ja auch ein Auf zu neuen Ufern, diese Aktion, die jetzt hier gerade hier läuft. Und der Hauptfokus ist ja auf Musik, was das Ganze angeht. Deswegen noch die Frage an dich, was bedeutet denn Musik für dich? Musik ist ein Lebenselixier. Ohne Musik gilt gar nichts. Ja, ich sage mal einfach so, morgens früh werde ich geweckt von nicht einem normalen, schnönen Klingeln, sondern von, wenn ich Glück habe, Musik, sonst Textbeiträgen aus dem Radio. Und wenn Musik läuft mit einer Melodie, die mir gut gefällt, bin ich auch bereit, früher aufzustehen und dann eine Runde durchs Schlafzimmer zu tanzen. Und ich habe halt immer schon gerne Musik gehört. Ich habe auch mal in der Schulzeit Blockflöte gespielt, wie das halt früher so üblich war. Und habe dann irgendwann während des Studiums, weil ich sehr gerne tanze, angefangen auch in Diskotheken zu gehen. Und habe dann auch nach Ende des Studiums, weil als ich noch nicht genau wusste, was ich eben anfange, ob ich wirklich lehren würde oder ob ich mir was anderes überlege, habe ich dann ein Musiklokal in der Altstadt entdeckt. Das hieß damals DIN A0. Ja, ich glaube, ich darf schon sagen, das war sozusagen der Rathinger Hof für Akademiker, weil nur Studenten dort gearbeitet haben und auch der Inhaber war ein gelernter Architekt und habe rauf und runter da Musik gehört. Und auch hier im Laden finde ich es persönlich unangenehm, wenn ich mit nur einer Person zum Beispiel hier drinnen bin und es ist komplett still, sodass man die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen nicht findet, sondern auf dem Boden fallen hört. Und so habe ich immer eine leichte Hintergrundmusik, die nicht stört, die nicht ablenkt, aber die so ein, ich hoffe, Wohlfühlempfinden hervorruft. Ja, schön. Ja, und jetzt gerade ist, also du redest von Kunden, die hier im Laden sind, das ist jetzt ja gerade nicht der Fall. Wie kann man denn trotzdem Kontakt zu dir aufnehmen, vielleicht trotzdem was kaufen, dich unterstützen in den Zeiten, ja, was bestellen vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, was sind da die Wege zu dir momentan? Also, es gibt ja die Möglichkeit des Internettes. Da gibt es eine Website, da steht drauf, wie man sich hier nähern kann, um etwas zu kaufen. Natürlich ist der Laden auch auf Instagram und Facebook präsent und da draußen hängt ein großes Schild mit, wenn ihr die Jawahner unterstützen möchtet. Ihr könnt Gutscheine kaufen, die später einlösen. Ich darf an der geöffneten Ladentür verkaufen und stelle auf den draußen sich befindenden Tisch, zum Beispiel einen Korb mit Handschuhen, mit Mützen, Schals oder den heiß begehrten bunten Socken von verschiedenen Labels. Oder Stammkunden, die dürfen auch eine Tüte, Kleidungssachen mit nach Hause nehmen, damit sie vor dem Spiegel alles anprobieren, um sich entscheiden zu können, das möchte ich haben oder vielleicht doch lieber nicht oder ich brauche eine andere Größe. Also, es gibt Möglichkeiten genug. Und die Menschen sind auch so nett, wirklich zu kommen. Ich bin im Geschäft, Dienstag bis Freitag zu erreichen, zwischen 14 und 18 Uhr. Jetzt während des Lockdowns, Samstags von 12 bis 16. Und ansonsten freue ich mich über jeden Menschen, der Lust hat, sich selber was Schönes zu gönnen, anderen was zu schenken und die Jawahner zu unterstützen. Ja, und Socken gehen immer. Ja. Und bunte Socken sowieso. So ist es. Ja, dann vielen, vielen Dank für dieses Gespräch, Margret. Ich danke dir recht herzlich. Und alles Gute für dich. Danke. Gleichfalls. Ich freue mich sehr, heute auf der Brunnenstraße zu sein, beim Palz auf Bilk, denn hier bin ich oft gewesen, immer sehr nachtaktiv im Metropol und deswegen der erste Song, nacktaktiv. Die Party ist jetzt aus, wir sind nackt am Strand. Und der Rausch ist noch nicht aus, wir sind nackt aktiv. Wow, 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 wir sind so attraktiv. Und wir finden das toll. Und wir finden das toll. Und wir finden das toll. Und du spielst das Spiel der Nacht. Mit mir singst du, mit mir singst du das Lied der Nacht. Für mich ist der Palamera, boah. There is a bottle of wine. Der Rausch fängt jetzt erst an. Wir sind so attraktiv. Wir sind so attraktiv. Wir sind so attraktiv. Wir sind nackt aktiv. Wow, 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 wow. Wir sind so attraktiv. Wir sind so attraktiv Wir sind so attraktiv Wir seid so attraktiv Wir seid so attraktiv Die Party fängt jetzt wieder an Wir gehen wieder nackt zum Strand Und du spielst das Spiel der Nacht Mit mir singst das Lied der Nacht Für mich Wir sind so attraktiv Wir sind so attraktiv Wir sind attraktiv Wir sind so attraktiv Wir sind so attraktiv Es ist Zeit zu sehen, wo du stehst Es ist Zeit zu sehen, wohin du gehst Es ist ein Spiel in Lob und Zeit Es ist nicht viel, was übrig bleibt Bist du bereit für den Fall aus der Zeit? Bist du soweit für den Fall in die Ewigkeit? Es ist Zeit, da, dann, es ist wahr Die Antwort ist da, die Frage war klar Es ist Zeit, es ist Zeit Es ist ein Spiel in Lob und Zeit Es ist nicht viel, was übrig bleibt Da-da-da Da-da-da Es ist wahr, die Antwort war klar, die Frage war da Es ist Zeit Es ist Zeit Wir spielen ein Spiel in Raum und Zeit Da-da-da Es ist nicht viel, was übrig bleibt Da-da-da Es ist Zeit 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 Der Song ist Es ist nicht Es war Es ist Zeit 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 In Sehnsucht getrennt, in Feindschaft vereint. Ich bin keine Schrift, bin kein Bürokrat, mein Leben ist echt, bin Allistokrat. Du sagst einfach ja, ich hab' mich gefragt, die Sonne steht tief, mein Lieblingsmotiv. In Sehnsucht getrennt, in Feindschaft vereint. Es ist nicht, es war, es war nicht, es ist in Sehnsucht getrennt, in Feindschaft vereint. In Sehnsucht getrennt, in Feindschaft vereint. Es ist nicht, es war, es war nicht, es ist. Es ist nicht, es war, es war nicht, es ist. Es ist nicht, es war, es war nicht, es ist. Es ist nicht, es war, es war nicht, es ist. Es ist nicht, es war, es war nicht, es ist. Es ist, es war nicht, 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 es war nicht. Es war nicht, 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 es war nicht. Es war nicht, 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 es war nicht. Amen. So, jetzt die Zeichenblöcke raus, es wird gemalt. Das Bild von Glück möchte ich mit euch malen. Am Anfang war kein Wort, ein stummer Blick. Lass uns Faden rühren, Bild von Glück. Der Rad, der Rad ist meist verkehrt. Ich mal, ich mal das Bild von Glück. Das war's, das war's. Der Traum, der bleibt. Ich mal, ich mal das Bild von Glück. Bild von Glück. Bild von Glück. Wie war, wie war, ich träum, wie war. Wie war, wie war, ich träum, wie war. Das Wort ist nicht die Tat, es zählt der Blick. Nur noch Farben wählen, Bild von Glück. Die Tat, die Tat ist längst verjährt. Ich mal, ich mal, ich mal das Bild von Glück. Wer war's, wer war's, wer war's. Nicht Raum, nicht Zeit. Ich mal, ich mal das Bild von Glück. Bild von Glück. Wie war, wie war, wie war, ich träum, wie war, 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 wie war. Das Geld ist nicht der Preis Nichts bleibt zurück Nicht mal Worte zählen Bild vom Glück Bild vom Glück Bild vom Glück Bild vom Glück Wie war, wie war ich treu Wie war, wie war, wie war ich treu Wie war, wie war, wie war, wie war, wie war Wie war, wie war, wie war, wie war, wie war Untertitelung. BR 2018 Verfilmte Dichter, böse Blumen, wahre Helden und die finstren Gestalten Warn des Jägle heißt, Zeitumstellung heißt, Wintersonnenwende Verlorene Zeiten, gefundene Zeiten, Hurra und hoch die Wände Kabare und Varieté, Olé, Olé, Chin, Chin Diesen Weg geh ich nicht mit dir Diesen Weg gehst du ganz allein Verschlafene Faune, blaue Pferde, blaue Reiter und sinistre Gedanken Farn des Jägle heißt, Aufbruchstimmung heißt, Wintersonnenwende Femme Fatal, Bohemier, Hurra reicht mir die Hände Kabare und Varieté, Olé, 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 Chin, Chin Diesen Weg geh ich nicht mit dir Diesen Weg gehst du ganz allein Diesen Weg geh ich nicht mit dir Diesen Weg Farn des Jägle heißt, Wintersonnenwende Farn des Jägle heißt, Wintersonnenwende Farn des Jägle Van der Sieg, van der Siegle, van der Sieg, van der Siegle, van der Siegle. Diesen Weg geh ich jetzt mit dir. Diesen Weg gehst du nicht allein. Diesen Weg, diesen Weg, diesen Weg gehst du nicht allein. Sieg. Untertitelung. BR 2018 Schau dich an, ich atme dich, du kommst aus dem Himmel von weit, weit her. Du hast nur vier Dornen, um dich zu wehren. Zähme den Himmel und zähme auf mich. Das sind deine goldenen Erde, zum Glänzen siehst du aus. Deine Augen, die jetzt gehören, leuchten mir den Weg ins Glüh. Das Fieber steigt, der Durst kommt auf. Wüste ist schön, auch wenn wir es nicht sehen. Das Wasser ist süß, unser Herz kann spüren. Schau zu den Sternen, dort scheint ein Licht. Das sind deine goldenen Jahre, zum Glänzen siehst du aus. Deine Augen, wie jetzt gerade, leuchten mir den Weg ins Glück. Bitte zähme mich. Das sind deine goldenen Jahre, zum Glänzen siehst du aus. Deine Augen, wie jetzt gerade, leuchten mir den Weg ins Glück. Das sind deine goldenen Jahre, so glänzend siehst du aus. Dieser Himmel voller Farbe, spiegelt sich in unserem Glück. Als nächstes ein Stück von meiner alten Band Air France, New Lost Generation. You're so greedy, you're so eager for fame and glory. You take it all, you take it all for, for granted. I gave you all I had, I can't explain, hey, PC education, for nothing. I'm just that boy, you know, I've grown up with praise, endless praise. So, shoot me out of business, if you can, cause I don't want to improve the world like you did. So self-centered, you're so confident of your specialness. You feel you are entitled to the whole deal. You, last generation, last destruction. You, last generation, full of frustration. I'm just that boy, you know I've grown up with praise, endless praise So, shoot me out of this mess if you can Cause I don't want to improve the world Thank you, who did? I wonder why you just can't find your idols They would express how you feel sometimes You, lost generation, life's destruction You, lost generation, full of frustration I'm just that boy, you know I've grown up with praise, endless praise So, shoot me out of this mess if you can Cause I don't want to improve the world Like, yeah, I'm dead I don't want to improve the world Ich weiß, ich weiß, es ist Zeit zu gehen Was du noch zu sagen hättest Dauert eine Zigarette Und ein letztes Glas im Stehen Das ist unser Abend Wir tanzen jetzt den Dance Macabre Tanzen jetzt den Dance Macabre Dance Macabre Die Uhr, die Uhr, willst du sie drehen Was ich noch zu sagen hätte Dauert keine Zigarette Und kein letztes Glas im Stehen Das ist unser Abend Wir tanzen jetzt den Dance Macabre Tanzen jetzt den Dance Macabre Dance Macabre Dance Macabre Dance Macabre Wir teilten das Bett, das Brot und den Wein Wir teilten das Bett, das Brot und den Wein Das ist unser Abend Dance Macabre Dance Macabre Dance Macabre Donuts Macabre Wir teilten das Bett, das Brot und den Wein Wir hatten das hier, das jetzt und uns zwei Das ist die Geschichte Das Märchen auf Zeit Von Sehnsucht und Hoffnung Du warst nicht bereit Antennenempfang, ja Kein Bild und kein Ton Die Liebe, oh du Ein Gläser in euch Schuh Zum Abschied sag ich leise, fuck you Zum Abschied sag ich leise, fuck you Das sind die Gedichte Diamanten auf Zeit Ein Reimer, ein Orakel Für die Zeit zu zweit Ein Rad, ja das dreht sich, dreht sich Um sich selbst, das geht nicht Im Zweifel voran Jetzt fängt es an Zum Abschied sag ich leise, fuck you Zum Abschied sag ich leise, fuck you Ein Ende auf Zeit Ein Ende auf Zeit Ein Ende auf Zeit Jetzt fängt es an Zum Abschied sag ich leise, fuck you Zum Abschied sag ich leise, fuck you Zum Abschied Zum Abschied, zum Abschied, zum Abschied, zum Abschied, zum Abschied, sage ich leise, fuck you Zum Abschied, zum Abschied, zum Abschied, zum Abschied, zum Abschied, sage ich leise, fuck you Zum Abschied, zum Abschied, zum Abschied, zum Abschied, sage ich leise, 소개stern Wenn du mich siehst, Tag für Tag, wenn du mich liebst, Nacht für Nacht, was wird dann bleiben, was wird dann nie mehr sein, wenn du mich träumst, unbedingt, mit mir dann weinst, lachst und singst, wenn die Welt zusammen bricht heut Nacht, und die Flut kein Halt mehr vor uns macht, wenn du mich denkst, fühlst und lenkst, und mir dann schwörst, auf ewig dein, mit mir dann raubst, stiehlst und klaust, und morgen ist dann ja Ewigkeit, wenn die Welt zusammen bricht heut Nacht, und die Flut kein Halt mehr vor uns macht, was wird dann bleiben, was wird dann nie mehr sein, und wenn die Welt zusammen bricht heut Nacht, und die Flut kein Halt mehr vor uns macht, Da-da-da-da... Da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020